So, Hallihallo, und weiter geht's wieder hier mit dem Let's Play Together von Heroes of the Storm. Wir hoffen doch, dass es jetzt dann tatsächlich ein Spiel findet, wenn Cheesy auch noch auf bereit drückt. Ach, geht schon. Und Cheesy spielt Sagara und Dagamot spielt Nacebo. Und das Schnellsuchespiel wird gesucht. Und falls ihr das andere Geplinkl noch hören wollt, guckt euch das Video von gerade eben an. Ja. Ich glaube, es dauert manchmal so lange, wenn wir zwei Spezialisten dabei haben. Ja, ich glaube auch. Ne, wir sind drei Spezialisten, aber egal. Oh, toll, super. Insgesamt sind wir fünf Spezialisten. Ja. Und manchmal sind wir keine Spezialisten, sondern vielleicht Manuel Neuer. Ja. Oh, oh, oh. Geschützter Name, Geschützter Name. Nee, Persön des öffentlichen Lebens. Ist ein Ohr. Persön. Ja, eine Persön. Auf Türkisch heißt es dann Persün. Persün. Und wenn du das in Du-Form sagen würdest, würdest es Dürüm heißen. Oh, Mann. Bitte, lieber Gott. Scheiße, Gehirn oder Steine. Ey, mir ist eigentlich ziemlich scheißegal, was Hauptsache du triffst. Ich glaube, ich höre es. Die Decke kommt runter, der ganze Putz. Was ist das für ein Schmutz? Ist wahrscheinlich tatsächlich dieses Problem, dass das alles Spezialisten sind. Könnt ihr mal andere spielen? Ne, ich muss dir noch vier bringen. Er legt jetzt voll die Rhymes hier raus. Von der Decke kommt der Putz. Was ist denn das für ein Schmutz? Hier, spüren wir mal was anderes. Passt auf, Spezialisten. Ich habe genau drei Spezialisten und der eine ist von Silvio, Lost Vikings und der andere ist einer Zevo. Scheiße, wa? Oh, nee. Ich schreibe mal was ganz anderes. Pikachu! Würdest du sagen, Old but Gold? Jaina, Assassina. Ja, dann mach mal Go, vielleicht funktioniert's. Was nehmen wir denn heute für uns geben? Oh ja, die sehen so natürlich anders aus, ja. Na, den zweiten habe ich noch nie. Oh, armes Noh Noh. Stimmt, den wollte ich mir eigentlich kaufen. Weil die übelste OP aussieht in denen. So. Na, mal schauen, ob es denn jetzt geht. Oder ob es was findet, ein Spiel. Na ja, wir sind schon wieder deutlich drüber. Komisch. Aber es geht los. Oh, 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 oh. Habe ich echt gerne gemacht. Oh, danke. Jo, danke. Ich meine, deine Handlung kam ziemlich spät, aber... Ich hasse diese Map. Hm, Geisterminen. Da spielen sich die Lost Vikings recht bescheiden, muss ich ehrlich sagen. ich glaube ich treppe jetzt noch mit nazebo wenn sie sich runter porten setz ich einfach den kreis da wo sie sich direkt rein porten bt naja nur da einst und dünn 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 ist auch Ich würde sagen, wir brauchen noch ein Spiel. Wir brauchen noch eins mehr. Wie? Ich habe keine Ahnung, wir haben so wenig, was wir zusammenspielen. Ach, da gibt es gerade genügend, also... Aber ach, mit einem Farmsimulator. Das heißt Farmsimulator, das ist das ausgeklügelte System eines Landwirtschaftssimulators. Das ist Landwirtschaftssimulator. Du musst voll heiß machen, die Leute da raus. Ja, es ist ein richtig tolles Spiel. Find ich. Das dürfen andere natürlich nicht anders sehen, was? Wie kommst du denn überhaupt auf all diese Ideen? Ja, wie kommst du denn überhaupt auf all diese Ideen? Welche Ideen? Na, Olaf sagt das immer. Ach so. Ich dachte schon, du hast irgendeinen Plan hinter deiner Logik. Oder Logik hinter deinem Plan. Ah, ah, der war gut. Alter, ich würde die Kotzerei kriegen, wenn ich die 3 steuern müsste. Oh, Sergeant Hammer. Hier gibt es was zu töten. Hey, jetzt werde ich getötet. Ja, jetzt hat das was zu töten. Ja, er meinte sich. Na ja, ich hab gedacht, kommt hier mal dazu. Na, jetzt können wir weggehen. Na ja. Hauptsache, du hast das das lege rosa Pony. Na ja, hauptsache, du hast das das lege rosa Pony. My Pony is over the ocean. Außerdem ist das ein Regenbogen-Einhorn. Ja, Pony halt. Pony. Ungesittetes Kind. Ey, dein Moppel stirbt. Ja, lass ihn doch. Moppel ist ein Tank, der ist zum sterben da zur Not. Ich hab Hunger. Kaum da, sagt er, ich hab Hunger. Weißt du, die alle hier unten, was soll denn das? Na ja. Keine Ahnung, aber ist doch gut so. Ja. Heißt der Typ wirklich Lebensgefahr? Ja. Was wollen die denn hier? Da hört, die Untoten werden erwachen. Los ey, holt euren Knoblauch raus. Ah, warum muss denn der meinen Dicken angreifen? Äh, greift ihr mit an, oder? Ja. Aber so. Ja, ich hab versucht noch den Dicken... Ich werd verfolgt, ich werd verfolgt, unter dem hässlichen Volk. Ich hätte ja eher geholfen, aber du hast mich wieder eingesperrt. Wollt du nicht immer rum, ey. Ja, ja. Ach so, wir könnten vielleicht runter gehen. Der ist gefangen, der ist gefangen? Ja, der ist eh gefangen. Komm nicht runter, ich hab keine Wanner. Das war jetzt eigentlich das Problem, dass Olaf hier oben noch... Ah, ist das behindert. Mist. Könnt ihr mal helfen kommen? Äh, du siehst, wo wir hier sind. Nehmen die und helfen. Ich hab hier grad... Komm ein Stück zurück, komm ein Stück zurück. Mit dem Dicken. Schmerz. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Jetzt angreifen. War dann hier noch nicht. Warte? Warte? Jetzt angreifen. Mit wem redest du, Felix? Mit Silvio eigentlich. Ja, aber ich steuere grad beide. Der eine steht unten in den Dingern drin und der andere ist oben. Das ist grad echt unangenehm. Wo ist denn der jetzt? Wird dir helfen kommen, weil ich hab keine Wanner mehr. Ja, alles klar. Da ist er. Bei Felix. Nein! So, der da unten hin und... Mist. Die beben da rein. Ach Mensch, was macht er denn? Dicker Geduld. Besatz'n Hämmer. Äh, hinter euch ist ne Jayna. Ach so, das sind ja gar nicht unsere. Das scheiß Satch'n Hämmer hier oben, der macht alles kaputt. Ich töte ihn jetzt. Peelix von oben und runter? Na, der Satch'n Hämmer drückt hier alles. Kaputt. Ach so, ich dachte du bist noch oben am Titan grad die ganze Zeit. Ne, ne, ich war grad tot. Ach, das ist doch jetzt hier nie normal. Ich komm grad nicht zurecht mit denen. Steht Satch'n Hämmer noch da? Ja, äh, jetzt kommen die anderen wieder dazu. Ach, das ist doch doof hier. Läuft grad nie. Das ist so doof. Wenn ihr, äh, wenn meine Männle unten im, äh, in der Mine drin sind, und ich aber noch welche oben stehen hab, dann gehen die nicht, dann bewegen die sich nicht. Dann gehen die nicht runter zur Mine, das ist... wenn ich mir haue ich mir ein das ist egal wir haben das nicht gleich machen wir noch glatt hinter uns so wollen wir jetzt pushen mit oder waren wir jetzt treffen erstmal töten wir ja wir däppeln den hier unten einfach den kohle ja schritt möchte ich noch nicht überlegen ach komm das ist gerade echt nicht so meine runde ich muss jetzt weggehen ja haben die jetzt herange ich habe es mitgenommen mit denen hier ab wenn mein set naja dass die natte uns hier so pushen wir haben einfach zwei heals ich habe es wenn man auf die karte klickt und deswegen woanders ja wir werden der diese tun hier rega seine ulti also circa alles mal komplett voll warum auch immer ja ich sagte ich ja ich habe überlegt ob mir rega zu holen weil das eigentlich voll witzig ist ich gehe oben in die mine gleich rein ja mach die unten die gegner und dann einfach oben rein ja ich gehe auch mit oben in die mine rein weil wenn dann muss ich mit allen dreien reinkommen sonst wird das echt doof ich glaube schon reiner kommt aber zu euch ich gehe auch mit dem sergeant hammer ich gehe auch mit dem sergeant hammer ja aber gegen die kommen rein egal einfach weitermachen auch wenn die da mit dem viech holen 70 zu 0 also ich kümmer mich hier gerade so ein bisschen um die 100 zu 0 ja hier einfach raus und auf die top lane ich bin dafür unten oh was voll gehalten was war das fällt ja sofort nein ulti brauchst du nie Felix brauchst du nicht Felix ja dann dann push dich hier unten nein brauchst du nicht der ist ein nuller da pushen die minions alleine und wenn die unten ich push mit ich ich nicht ich nicht ich nicht aber trotzdem ist hier kaputt ja jetzt wohnen wir zerlatscht ich habe hunger ich 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 Nein, alle drei. Weil du gedingsthaft wurdest von denen. Ja, ich hab's gemerkt. Oh Mann, steht so schlecht hier gerade. Zwölf Kills, vier Tode. Oh Mann. Ja, unten machen unsere Mobbelchens ein bisschen was. Ja, deswegen bin ich noch vorher zum Kern, aber es ist trotzdem schlecht, was wir hier gemacht haben. Wir hatten 100, 0. Das Belagerungskern ist in 35 Sekunden da. Bei denen. Ja, aber da hinten brauchen wir gerade nie rumkratzen. In der Mitte das höchstens holen. Wichtig ist, dass eigentlich bloß überleben jetzt gerade erstmal. So, ab, rund um die Höhle. Nee, push weiter. Push weiter, push weiter bitte. Wir machen das hier unten zu dritt schon. Wenn ihr die ein bisschen aufhaltet, dann können die nie runterkommen. Wir haben es einfacher. Wenn die runterkommen sollten, dann können wir... Komm jetzt runter, definitiv. Ja, weil wir kommen nicht mehr weg. Ja. Ja. Wenn es mit einer Tausender ins Gesicht krittet. Sergeant Hammer bleibt oben, also das bei mir. Ja. Ähm, gehst du runter, ich geh hoch. Ich mach die Monster oben platt. Wenn wir unten nicht auf den Sack kriegen. Ja, ich mach oben platt und hol dann hinten bei denen das Camp. Oh, noch so lange tot, das geht mir auf den Sack. Ja, es kommt Rainer hier oben mit hin. Na ja, der will auf den Sack, hat er gesagt. Ja. Sergeant Hammer getötet. Gezucht, Junge. Oh. Silber, ich komme drunter. Ja. Oder soll ich probier... Na, ich probier schnell hier das Camp zu holen. Ja, hol das Camp. Kommt zu dir. Ja. Ja. Weg. So, let's rock. No. Fangt auch schon an mit rocken, ja. Na, ich hab jetzt diesen ultimativen Push-Skill, wie ich finde. Dass meine automatischen Angriffe über die anderen drüber gehen. über die Minions drüber gehen. Ich weiß nicht, warum ich den gefollowed bin. Und unten ist doch nicht mal das Tor weg. Also nein, oh Gott. Ja. Ja, ist er jetzt schon weg. Ja, wir sind aber schon tot. Komm lieber weg. Na ja, in der Mitte verstecken. Ja, verstecken ist mit meinen Tränen nicht. Aber das geht. Fack. Na ja, mein Dicker. Ich durfte noch ein bisschen schränkern. Wir haben sie ein bisschen aufgehalten. Ach, shit. Ja, ich kam jetzt auch gerade nicht mehr. Ja, kamen ja alle dann jetzt hier, wa? Ja. Na ja, was willst du machen? Ja, schon runter. Na, guck mal, unten drücken die Minions dann jetzt schon durch. Eigentlich müssen wir das Campier holen. Ach, schade. Mist. Na, guck mal, oben drücken jetzt die Minions schon durch. Ja. Das ist doch was. Ach. Und die Jackens, nee, das ist irgendwie cool. Na ja, das hält nicht besonders lange her, diese Katapulte. Ja, aber die Jackens erst nicht, das ist ja ganz optimal. Aber ich töte uns halt jetzt halt in der Inner-Tour. Na ja, jetzt kriegen die einen starken Golem. Ja, geh einfach pushen. Na ja, ich geh pushen. Push auch bloß. Wenn ihr rauskommt, holt am besten hier Camps. Silvo, geh einfach weiter. Musst bloß aufpassen, weil Paare könnten hinter dir sein, zwei oder so. Nee, Rainer ist nur Sergeant Hammer. Na dann rauf, dann einfach rauf. Ja, Leute, die mitmachen, werden nicht schlecht? Ja, wir sind alle tot gewesen, beziehungsweise jetzt erst da. Ich geh bei uns das Camp machen, damit wir ein bisschen unten pushen können, während die... in Wästermas holen. So. ah ja ja ich bin da ich hab unten gepusht naja nie da drunter naja ich kann nichts dafür, das kam ja gerade erst komm weg oh unser Golem steht ja direkt davor ja ja aber mit neuen kann der nix ähm es reicht dass der ein bisschen Schaden macht von unten gekommen äh Belagungscamps ja ok die verteidigen den gerade nicht so richtig ja wir müssen jetzt erstmal deffen schnell ja und jetzt einfach oben lang alle pushen ja ich muss erstmal back mich heilen kannst das nicht unterwegs machen ne oh vorne das Camperdien ist in 31 Sekunden fit und alle töten das beste hier das Frontrecher Camp ist in 15 Sekunden möglich oder wir juken die einfach und ziehen die durch ja ja bin ja schon dabei oh Sergeant Hammermann boah so dann jetzt hier in der Mitte das Camp ja mach wir wir ich push hier mit du machst das Camp ich krieg das Camp nicht alleine hin glaube ich naja doch ihr seid zu dritt da unten ne naja ich weiß schon bei denen kann nie mehr kommen kommt der zu mir kommt der zu mir sonst bin ich dort hab das Camp geholt du kommst zu mir kommst zu mir kommst zu mir kommst zu mir ja ich bin grad in die falsche Richtung gelaufen ah und ich hab ein falsches Skill benutzt oh ne ich kann dich grad nicht freilassen weil ich war grad weg naja so noch das andere Camp schnell holen und dann durch ja ne eigentlich nicht das Camp lass es kämpfen eben naja hol's probier's alleine noch schnell zu holen ja gleich mit und dann ist das gut aber jetzt aber ganz schnell nach vorne ganz schnell ein großer naja es war schon wahrscheinlich praktisch dass ich das geholt habe ja reicht so gg oh das war war knapp aber gewonnen ja ich bin dann erstmal weg mal gucken vielleicht bin ich dann nochmal online joo ich wünsche euch auf meinem Kanal noch weiterhin viel Spaß und tschüss und genau tschüssi und abonniert mich fleißig unterstützt mich mit Kommentaren mit Daumen hoch oder runter je nachdem wie es euch gefallen hat und dann hören wir uns glatt im nächsten Video wieder bis dahin tschüssi